Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Dorfleben in Thailand. Heute ist Badetag und Lucy, Boogie und Lissi müssen gebadet werden. Wir haben auch Besuch Felix und Not und die beiden werden sofort eingespannt. Die Jungs werden uns dabei helfen, die drei Hunde nacheinander zu baden. Und zuerst kommt die große Schwarze, die Lissi dran. Heute also mal wieder ein ganz normaler Tag und was machen Leute, wenn sie Langeweile haben? Sie suchen sich Arbeit. Das Leben als Rettner verläuft hier also genauso normal wie überall auf der Welt. Da kommt schon der nächste Kandidat, der gleich gewaschen wird. Die große Schwarze ist ein Mischling, das ist ein bisschen Husky dabei, denn sie hat schöne blaue Augen und noch irgendeine andere Rasse. Und sie liebt Wasser, auch wenn es im Moment nicht so aussieht. Boogie, duschen! Duschen! Aus Ello片 Was für eine andere andere gerne haben, wenn ihr eine andere andere Hälfte für eine andere Seite Lachen Die Leute, die Leute Jungs Sie sind hier Sie sind da Guck dir Boogie, unser älterer Westie, mag es überhaupt nicht gewaschen zu werden, aber es hilft nichts. Irgendwann ist es soweit und er lässt es mit historischer Ruhe über sich ergehen. Wasser mag doch jeder, wir schauen mal ins Bad, ich komme ein Tropfen später. Barsch, ja, dann weg. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ui, bo, mo, schau, komm. Nein, nein, nein. Gucki, nein. Ja, Lucy, gleich bist du dran. Ja, Lucy, gleich bist du dran. Ah, okay. No need, aap, okay. Aap, nina, just aap, okay. Aap, beird rog. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ich bin so Enfin. Okay. Ubi, nein! Nein! Stopp! Ich habe das so viele Wälder und Böder. Ich werde das so viele Wälder und die Böder. Danke Bugi, wir brauchen jetzt auch nicht mehr duschen. Wir brauchen jetzt einen Kuchen, einen Kuchen, einen Kuchen, einen Kuchen. Diese Kuchen wird nach dem Kuchen. Ja, das ist gut. Oh, Boogie-Law. Boogie-Hon-Mali. Lucy, abnahm. Leo, Leo. Lucy, Kiki hat abnahm. Mein Schaub. Abfrottieren und föhnen. Und die Kleine hat sie schon versteckt. Sie weiß, was jetzt auf sie zukommt. Und sie lässt das Prozedere nicht so ruhig über sich ergehen. Wo ist es? Ja, so gut. Ich habe einen Schraub und einen Schraub. Lohi Da bunt, da bunt. Da bunt. Da bunt. Ich bin es. Oh, ich bin es. Oh. 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 Wie ist das? Ich bin es. Ich bin es. Ich bin es. Ja, 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 ja. das ist es für heute gewesen ich bin ja bekannt dafür dass meine videos nicht so lang sind jetzt bleibt mir nur noch zu sagen vielen dank fürs zuschauen nicht vergessen teilen liken kommentieren und bis bald auf euren kanal dorfleben in thailand und bis bald auf euren kanal dorfleben in thailand